Da sind wir wieder. Hey Benny! Jo, diesmal mit nem Gast. Stell dir mal vor. Ja, hi, ich bin Severin. Ja, kurz zum Bild. Ja, das ist hier der bei uns in der Party. Der gleich unten kommt. Genau, ist kein Bug-Using oder so. Es ist einfach nur so. Die Zahlen laufen nur so. Vorsicht. Und wir versuchen... Lenor. Mehr oder weniger. Hast du noch irgendwie Quests oder so, die du machen musst? Ja. Scheiße, was ist denn jetzt los? Jetzt schmiert mir mein Spieler. Gibt's auch nicht. Ja, typischer. Ich bin unterwegs. Äh. Ich werde gerade gekillt. Scheiße. Oh. Ja, das ist ein bisschen... Fail. Dass ich jetzt hier flog und dann tot. Na ja, egal. Ach nö, jetzt bin ich hier hinten. Also... 70% habe ich schon. Und zwei Quests sind noch offen, die ich gleich abgeben kann. Sollte also nicht schwer sein. Sollte also nicht schwer sein. Nö, nö, so brauche ich gar nichts mehr. Habe ich schon fertig. Ich will nur eben so machen, dass ich gleich abgebe und sofort 24 bin. Ja. Ist ja nicht mehr viel. Hm? Okay. Spaß zu alle, oder? Ja. Und dein Sam. Keine Ahnung. Du wolltest doch 99, oder? Na ja. Ja. Irgendwann noch. Boah, ist aber krass, ey. Ein Monster gibt fast 1%. Ja. Ach ja, kawaii. Wo ich so lange drin war. Genau. Ach, vielleicht komme ich da wieder zurück und bleib dann da. Weih. Liquid oder so, kein Bock mehr. Waaay. Du Detektiv mit deiner Mütze. Du Detektiv mit deiner Mütze. Ach, von so ein liebesbriefchen. Kannst von mir ein liebes Briefchen haben. Kann man die Sachen tauschen? Ja, ne? Hm, okay. Du mit deiner Schrotflinte. So, 5% noch, dann kann ich Quests abgeben. Ach, hast du beide. Du als auch. Ich hab... Nehmen Sie dieses, das langsamer läuft? Ach, das. Hm, der ist nicht übel. So, 3% noch. Mann, sind hier viele Monster. Ich bin aber mal gespannt, wie Leynor wird. Ah, wächst noch. Ein paar Fruchtzwerge. Bisschen Gas verteilen. Hä, meiner wollte deinen angreifen. So, wenn die alle tot sind, kann ich abgeben. Endlich. Komischen. Nein, egal. Der wird Sniper, oder? Aha. Oh. So. So, ich geb mal ab, ich hoffe es reicht. Jo, kannst schon mal da Richtung lehnen. Oh. Falschen. Ach. Ach, dämlich. Na ja. Typisch. Wieso. Hm. Ja. So wie ich schreibe, ist es auch beim reden. Ja. 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 Wie kann man bis 40 leveln jetzt? Steff. Oh ey. Einer hängt hier bis 40. So. Wackeldackel. Wackeldackel. Mit den Brusten. Ha. Kira. Ha. 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 Hast schon das Spiel? Hast schon das Spiel? Ach? Na ja. Sieht doch sehr lustig aus. Iiiiiiih. Er ist kackt. Hm. Gerade weil's Kinder auch noch sagen. Oh man. Wie immer auf so ne Idee kommt. Und das von Hasbro. Man, man, man. Wow. Wow, ist ja mal was los in der Stadt. Fünf Stück. Boah, mehr als ich, ey. Ich bin voll der arme, hohe, alle wollen was geschenkt haben und ich hab nicht mal Geld dafür. So, wir sind 24, jo, nach so langer Zeit fast schon 100 Parts, ey, bäh. Ah, okay, ich hab die Lane-Oquest schon, also können wir es gleich wagen. Wagen. Okay. Lani. Naja, ist besser. Bist schon dabei, Lani, oder? Okay. So, der Kokos-Kopf. Pff. Das hat Stil. Oh, ich darf hier wieder rumrennen. Oh, ich darf nicht. Oh, ich darf nicht. Oh, ich darf nicht. Oh, ich darf nicht. So, renn mal schneller. Ich nehme mal diesen Speed-Bot. Könnte meinen nicht schaden. Kommt noch. Kommt noch. Gleich an Lenor kannst du dich austoben. Oder verraten. Oder verraten. Dann liegen wir ein bisschen rum. Auf dem Boden. So. Wo bist du? Ach, da. Okay. Einmal tot hauen. Wo bist du? Ach, da bist du. Ist ja alles halb tot geworden. Genau. Buh. So. Jetzt Lano da. Das wäre perfekt. Da haue ich Amor auf dich drauf. Und du tankst. Genau. Weil so mit 40er oder so, kann ja jeder so einen Boss besiegen. Na. Wieso wusste ich das nur? Okay. Dann heißt es ein bisschen warten. Ich hoffe jetzt nicht eine ganze volle Stunde. Naja. Wäre besser, ne? Dann mache ich wieder an, wenn der da ist. Also bis gleich. So.